hallo und herzlich willkommen beim adeptus stammtisch wir haben endlich mal wieder eine neue buchbesprechung im bau mal 40k universum und damit ich das nicht alleine mache habe ich zwei gäste hier und der eine ein ritter zu meiner seite daniel moin und damit wir nicht allein in den kreuzzug ziehen müssen haben wir natürlich einen high marshal eingeladen ihr kennt ihn stefan von 1000 für den imperator hallo stefan hallo toll dass ihr mich noch mal hier ran lasst quasi ich freue mich sehr ja wir freuen uns erst recht dass du da bist ja black templars wie sie haben eine neue range bekommen und ein neues buch ich persönlich habe zum start der edition nicht damit gerechnet dass das kommt wie gefällt dir denn das wie gefällt dir denn die die neue range stefan also ich glaube das erste es war zwar keine echte frage aber einer der großen vorteile da mittlerweile so gut in die community eingebunden zu sein ist dass mir tatsächlich dutzende menschen schon zu beginn in der neunten edition hinweise gerüchte und ähnliches geschickt haben die sich dann so gemäht haben dass ich irgendwann selber dachte ich bin verrückt weil ich nicht mehr also weil ich eben fest daran geglaubt habe dass die black templar kommen insofern war ich dann sehr beruhigt als games of the actual was auch wirklich announced hat weil dann war damit zumindest endlich schluss dass mir leute über whatsapp oder e mail irgendwelche hinweise schicken oder irgendwelche geheimnachrichten oder so das war ganz schön wobei bitte hört damit natürlich nicht auf die range selber ist ist ganz 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 toll also was mir wirklich wirklich gut gefällt ist grimaldus was mir auch wirklich gut gefällt sind die schwertbrüder und die normalen crusader squads ich hatte so ein bisschen drauf gehofft dass sie von diesem hellbrecht schweine gesicht ein bisschen weggehen das hat mich irgendwie immer gestört weil es nicht zu der literarischen figur wie sie in den romanen beschrieben wird da ich habe den eher so groß moff tarkin mäßig erlebt also von seinem verhalten her und dass er dann so ein rundes fast schon tumbes gesicht hat das hat mir immer so ein bisschen missfallen irgendwie keine ahnung aber es gibt ja einen helm den kriegt er einfach auf dann passt und der name auch noch richtig cool mit diesem kreuz drauf ja der super muss nur ignorieren wie er drunter aussieht dann passt wieder wieder sack kartoffeln der kartoffelsack den man über den kopf zieht ja den witz verstehe ich natürlich nicht was so ja genau ja daniel wie gefällt dir die 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 template range ziemlich geil ich fand die mit potschnit am besten stimmt der potschnit ist wirklich episch der ist der oberhammer den hatten die sisters auch ja der potschnit also der muss jetzt sein aktuell geht gar nicht anders ja nee also tatsächlich ich würde mich da stefan einfach mal so anschließen gerade was den hellbrecht angeht ich finde die die eindeutige kreuzzugs ästhetik halt sehr ansprechend das macht wirklich spaß wie gesagt der helm ist echt cool geworden und ich finde sie haben auch den champion des imperators relativ gut in die primaris linie mit übergeleitet wobei ich sagen muss ich ziemlich ist ziemlich ein fan von dem schwert bin sondern ziemlich gut gestaltete anderthalb händer mit dieser schwarzen klinge und dem kreuz symbol und so weiter also da ist sich die ganze menge symbolik ausgeliehen also mir gefällt die range sehr sehr gut muss ich sagen hier gleich mit der mit seinem fachwissen und anderthalb händer er wiegt ungefähr so und so viel sprung von rechts die parierstange ist aus perfektem silber gearbeitet das original schwarze schwert soll ja tatsächlich für einen space marine der nicht sigismund ist sogar zu schwer gewesen sein das bedeutet eigentlich voll unhistorisch dass das schwert dann jetzt perfekt ausgewogen wäre schon ja wo wir das jetzt auch geklärt haben und hier schon mal mit unserem wissen brillieren konnten gehen wir jetzt mal ins buch würde ich sagen und das erste was ich mir auftut ist natürlich auch die frage was ist das erste was wir aufgeschlagen haben in diesem buch stefan fang mal an tatsächlich die die miniaturen werte ich habe als allererstes habe ich die seite des emperors champion aufgeschlagen schlicht und ergreifend deswegen weil er über lange jahre meine absolute lieblingsminiatur wurde bis ich dann so ein bisschen ins kompetitive 40k reingefunden habe und dann erkannt habe dass eine space marine armee leider keinen beatstick braucht wenn sie gewinnen will und ich hatte gehofft dass er so gut geworden ist also so a la ragnar black main dass man ihn jetzt wieder sozusagen als auto include irgendwie dabei hat das war ein bisschen tatsächlich ein bittersüßer moment weil der empress champion tolle regeln gekriegt hat nicht gut genug um ihn mitzunehmen für eine echte turnier armee aber schön um ihn im crusade zu spielen aber es gibt ihn jetzt leider nicht mehr in firstborn und irgendwie keine ahnung das buch aufzuschlagen reinzuschauen und sofort zu sehen hey leider geht mein lieblingsmodell in rente wenn es auch durch ein cooles neues ersetzt wird das war irgendwie so ein bisschen ja einfach ein moment der ja gleichzeitig toll und ein bisschen schmerzhaft war aber es waren die ersten seiten die ich aufgeschlagen habe okay dass das krass also ich hätte dich immer so eingeschätzt dass du halt derjenige bist der zuerst die lore liest und dann sich an die an die einheiten macht aber scheinbar habe ich mich getäuscht ja tatsächlich also ein problem das mit der lore immer zusammenhängt ist ich mag die lore die in codices steht gar nicht so gerne weil in den codices also du kannst die komplette lore in den codices quasi zusammenfassen das sind so drei vier zentrale informationen drin die irgendwie spannend und cool sind und der der rest ist wo ihr könnt euch nicht vorstellen wie krass die armeen sind die da in die strafe sehen die black templar sind die geilsten typen die je gelebt und wenn du tau codex aufmachst oh der far side ist der geilste typ der je gelebt und dann nimmst die tyraniden so die fressen einfach alles und so ja okay gut wir hatten das schon gut dass die alle so sind wir hatten da auch mit julia und gregor drüber gesprochen weil wir den corn kodex von edge of sigma gelesen haben und dieses buch ist ausschließlich in superlativen geschrieben das ist der anführer von corns armee kann mit einem hieb 10.000 seelen töten und dann gibt es corn der 5000 welt mit einem schlag spalten kann und sowas und es ist manchmal ein bisschen goofy aber irgendwie ist es auch süß ja wobei ich tatsächlich lustigerweise das gefühl habe und das ist ein ganz stranger moment gewesen vielleicht erinnert ihr euch noch ich glaube ihr seid da veteranin genug der codex ultramarines der allererste der jemals rauskam aus der zweiten edition der hatte das nicht also das war nicht so da ist dieser krieg gegen ultramar beschrieben worden und der war irgendwie also der krieg gegen die tyraniden und ultramar und der war so abge abwechslungsreich also das war irgendwie mehr eine echte geschichte und kein werbetext das war ganz seltsam das tut es gut ja ja aber ich glaube ich weiß was du meinst ja tatsächlich also also es werden auch mal kämpfe beschrieben wie so ein cybot gegen einen gegen einen schwarm tyranten kämpft und so wie das und wie die ganzen wie es ist eher so eine militärische erzählung habe ich das gefühl es ist halt nicht so ein nicht so diese vorstufe bolterporn also ich glaube ich weiß was du meinst ja genau auch die alten armee hefte also wenn es auch ganz weit vom thema weg führt die das erste hoch elf im armee buch hatte das auch diese geschichte von thürion und teglis und wie sie sich finden es war er ne ja das hat war er so eine novelle über die geschichte zweier brüder in der es nicht wirklich darum ging wer der krasseste typ ist der je gelebt hat sondern war so eine entdeckungs und heldenreise irgendwie also ich fand die waren schon mal literarisch hochwertiger auch um es nur so zu formulieren und dafür hat man ja jetzt black library also insofern passt schon ja ja gut kommen wir mal weg von der story oder so ein bisschen weg von der story können sie aber noch mal einweben und zwar zu dem ersten was mir hier ins gesicht springt quasi wenn wir uns den regelteil des buches angucken und das sind bei mir die templar war aus ich weiß nicht hast du das buch auf deutsch stefan ja das ist super das ist perfekt weil dann kannst du uns nicht oder den zuhörern und zuschauern verraten wie das auf deutsch das sind die templar gelübde ah die gelübde schön was ist denn das erklär doch mal daniel also statt der also das ist eine art chapter tactics wenn ich das richtig sehe du kannst du kannst für deine armee ein der waus halt wählen oder eines der gelübde wie man so schön sagt und da gibt es vier an der zahl ich lese einfach mal vor oh gott dass das wie man im englischen so schön sagt das wird auf jeden fall gebutschert da geht es dann vor allen dingen darum dass du halt auf sechsen automatisch verbunden ist immer außer gegen vehicle also ich weiß nicht ob ich die jetzt komplett durchlesen sollte aber wir haben jetzt zumindest hier können wir gleich mal drüber sprechen wie gesagt wir haben einmal suffer not the end to live up for the honor of the emperor above the witch destroy the witch accept any challenge no matter the odds und wir können ja mal sagen welches wir jetzt am besten finden oder weil wir alle durchgehen ich wollte es auch gerade vorschlagen die die uns am besten ja stefan fang nochmal an war also ich muss ehrlich sagen dass das problem ist ich habe ich habe tatsächlich nur und ausschließlich uphold the honor of the emperor gespielt bis jetzt also wirklich ganz power gaming tatsächlich ist das was ich markiert habe das ist ja total überraschend einfach noch nicht ausprobiert wir spielen ja eigentlich primär so gerade crusade und narrativ aber das war mir wurscht war geil ich werde auf die eins und zwei nicht verwundet ja es war auch einfach ich habe die dinger gelesen hat mir gedacht job und habe mir einen strich dran gemacht so nach dem motto nächstes kapitel ohne witz genau was irgendwie lange gedauert ja also es ist vielleicht so das haben wir glaube ich noch nicht gesagt eben diese diese gelübde haben immer einen vorteil und einen nachteil und in diesem fall bei uphold the honor of the emperor wie heißt das auf deutsch stefan ware die ehre des imperators oder immer drauf kommen können ja stimmt macht dass alle modelle mit diesem gelübde ein fünfer retter haben und eben wundwürfe von 1 und 2 automatisch immer fehlgeschlagen sind das ist der vorteil der nachteil ist dann dass diese einheit keine deckung bekommt wenn ein gegner sie angreift was natürlich nach ein kann ja vor allen dingen ist ganz wichtig das wording this unit das not receive the benefits of cover against that attack das heißt alles was dir irgendwie ein bonus ein vorteil durch deckung verleiht bekommst du nicht also gar nichts es geht nicht nur um bessere würster sondern auch dance cover und der ganzen andere kram alles weg ja ja wobei ich jetzt ehrlich sagen muss also rein rein persönliche meinung aus dem kompetitiven standpunkt heraus dadurch dass es so einfach ist einheiten wirklich zu löschen einfach im im kompetitiven spiel ist das also keine ahnung das gleicht sich in der regel aller wenigstens aus also ich habe jetzt noch keine situation erlebt wo ich mit dieser kombination schlechter gefahren bin als mit oh wäre die einheit doch in deckung gestanden dann hätte sie länger gelebt das ist mir einfach noch überhaupt nicht begegnet ich wüsste vielleicht in drukari könnte es sein dass das so wäre gegen irgendwelche sachen die dann so minus zwei zwei schaden waffen aber den bin ich bisher noch nicht begegnet da wäre es vielleicht nicht so dass der ein dass der deckungswurf dann da ja das wäre eigentlich das einzige was mir einfällt ja oder orc maschinengewehre die halt nur tödlich werden sobald sie ihren durchschlag kriegen und wenn du den halt nicht gehst in deckung dann aber naja ja ich denke schon dass es so ein zwei armeen gibt die da sich ein bisschen drauf die das so ein bisschen darauf angewiesen sind tatsächlich kommt dann darauf an du musst glaube ich auch drum herum bauen ja aber ganz ehrlich der depon ist einfach so gut den oder für christ ich würde das auch machen ja sicher sicher also das ist außer steht außer frage definitiv ja vor allem es geht hier um models also hier der redemptor und so weiter fünf fünfer retter auf dreadnoughts ist mega ja das hat mir auch schon echt also hat mir auch schon richtig oft den arsch gerettet und diese teile im spiel gehalten ja kann mir vorstellen ja also braucht man über die anderen nicht reden ich wollte gerade sagen wir haben jetzt schon festgestellt dass die anderen eher so in new york sind kurz mal also mal kurz ansprechen jeder ein ja los dann stellt jeder noch eins vor aber nur so kurz was sie machen dann dann wir fangen wir an ja ich würde suffer die anklicken to live ja was sagt es auf deutsch dulde nicht die existenz der unreine okay genau hatte ich ja schon mal angedeutet ein unmodified von sechs würde automatisch das ziel verwunden ja ist aber nur gegen nicht fahrzeug einheiten also da wo ich halt echt bock drauf hätte da wirkt es nicht ja und dann müssen seid angreifen sie dürfen immer nur die nächste einheit chargen innerhalb von zwölf zoll die kein flugzeug ist und du darfst ja das ziel für den charge insofern nicht aussuchen was ich schon ziemlich harten negativ bonus finde bonus ja das ist ja das ist ja mal alter schwede wow ja ist das krass schlecht naja egal der nächste verabscheue die hexe vernichte die hexe ja man ja also wenn sich in der armee des gegners eine psionika einheit findet kriegen alle einheiten mit diesem wow also diesem gelübde drei zoll auf ihren bewegungswert in der ersten bewegungsphase addiert und sie dürfen verwundungswürfe von 1 gegen psionika einheiten wiederholen im ausgleich dafür dürfen sie keine aktionen durchführen wenn sie sich in 18 zoll um eine psionika einheit befinden ich glaube um das letztere kann man gut rumbauen also es gibt siegpunkt mechanismen die nicht auf aktionen angewiesen sind insofern kannst du es einfach dadurch negieren dass du halt mit den schultern zuckst und sagst ja dann sind meine secondaries halt andere nehmen wir mal eine gray knight oder 1000 suns armee dann nehme ich halt irgendwie töte die psionika engage on all fronts und weiß ich nicht war irgendwas drittes stranglehold moment von space marines genau oder aus of moment check so keine aktionen notwendig damit ist die leidenschaft egal und dann ist es irgendwie okay also ist ganz schön space marine einheiten neuen zoll bewegen zu können das gar nicht übel und die verwundungswürfe von 1 im nahkampf wiederholen ist top kann man nehmen ob es besser als uphold the honor of the emperor ist ich glaube nicht also vor allem deine armee ist ja wahrscheinlich ohnehin rein aus dem kompetitiven standpunkt gesehen narrativ würde ich es wahrscheinlich dann schon mal zum spaß machen wenn sie es anbietet aber rein aus dem kompetitiven standpunkt heraus deine armee ist wahrscheinlich eh so aufgebaut dass du auf diese drei zoll zusätzliche bewegung nicht baust weil du ja nicht weißt ob du auf psionika triffst oder nicht die dann zu nehmen ist ein reiner bonus das ist einfach nicht notwendig so genau ja also stimme ich dir auf jeden fall zu das dritte ist accept any challenge no matter the odds auf deutsch scheue keine herausforderung okay da waren so ein bisschen lazy beim übersetzen das macht einfach dass man solange man nicht in engagement range also in nahkampfreichweite am gegner ist wie solange man in nahkampfreichweite des gegners ist so und eine combat doctrine doctrine da ist also das heißt man spielt ausschließlich black templar space marines dann zählt immer die assault doctrine das ist die dritte für den nahkampf und man bekommt wenn diese einheit kämpft einen zusätzlichen angriff und das ist nicht kumulativ mit dem schock assault dass man dazu auch noch mal einen kriegen würde und als nachteil diese einheit kann ich zurückfallen ja ja zurückfallen wird es ja space marine in der regel eh nicht aber also das finde ich noch ganz okay ich habe ich habe es mir so mini mini unterstrichen also mal angenommen man könnte uphold the honor of the emperor nicht nehmen dann kann man das hier durchaus nehmen aber für mich gibt es nur das eine quasi ja ich denke das können wir alles unterschreiben nachdem wir jetzt alle unser gelübde dem imperator gewidmet haben kommen wir zu den strata gems daniel du hast doch bestimmt und strata gem wo du sagst auch schön bombastic delivery allein wegen des wordings oder nur deswegen ja alles andere ist mir egal also wir werden auch späteren verlauf auch noch sehen dass die die champions zeit auch zentraler bestandteil sind der blacktemplars und da haben wir das gute alte just ach gott ich lese das nicht auf englisch vor war eine gute passt halt ich möchte in liternei sprechen mit meinem chaplain und die geht automatisch durch für zwei cp das finde ich schon ganz schön schmackhaft und ich kann eine weitere liternei verwenden ja also ja ich finde es auch auch gut muss ich sagen ist ein epic die strata gem aber eben zwei cp finde ich ganz schön schmack schmackhaft also ja aber ich denke das kommt darauf an für bastels verwendet also das ist natürlich eine situative sache wie die meisten strata gems aber wir können das spiel sehen ja später noch in liter nein der blacktemplars sind ziemlich gut ja das stimmt gerade wenn du so was auf eine große einheit das fort brothers oder oder auch einen großen crusader trupp sprichst oder so das kann schon echt reinhauen ja das ist so ein bisschen der ersatz dafür dass er hat keine psych haben ja ja klar ja stefan lustigerweise noch nie benutzt fällt mir gerade auf also durch die durch die kombo dass du meistens sowieso grimaldus oder nennen master of sanctity mitnimmst und mit dem wise orators halt auf zwei plus irgendwie sprichst oder dann halt wenn er des dings es hergibt du das black templar relikt mitnimmst dass du zwei wie sechs würfeln darfst und das höhere aussuchen bin ich tatsächlich also das klingt super gut aber ich habe noch nie die notwendigkeit gehabt muss ich ehrlich sagen dass ich gesagt habe hey ich brauche das jetzt irgendwie also mir ich bin noch keiner situation begegnet spannenderweise was mich gerade verwirrt weil ich eigentlich wenn man zu lesen würde tatsächlich würde ich daniel da absolut recht geben dass das ein richtig gutes ist weil man wahrscheinlichkeit raus kriegst es halt einfach ne ja aber das schöne dabei ja aber da gibt es ja so da gibt es ja im codex space marines 1 für 1 cp ja stimmt aber du darfst halt nicht noch eins wirken dame ne also du kriegst es durch aber du darfst nicht noch zusätzlich eins wirken dass in diesem fall hier zeitzeit den 1 cp mehr damit du nach dem geschenken quasi noch eins wirken darfst noch mal irgendein gebet wirken darfst ja aber also ganz oft wie gesagt ist jetzt ich glaube auch nicht dass es schlecht ist oder so ich nur habe es noch nie benutzt tatsächlich was für mich was für mich persönlich das war ja klar dass es kommt aber tatsächlich sowohl sigismunds erbe als auch champion of the feast ja sind eigentlich die strategie mir wo ich sagen würde die machen gerade auch black templar weil es halt plötzlich einzelfiguren wieder in den fokus rückt also so ein champion of the feast auf einen terminator sergeant oder auf einen blade guard veteran sergeant und dann dann vielleicht noch wenn man wirklich command points übrig hat verehrte repositorien und sort of judgment dem typen in die hand icon of heinemann hinten aufs backpack und dann ein apothekarius in die zweite reihe und dann steht dieser typ wirklich lange rum und tötet richtig viel zeug ich finde sowieso dass bei den black templars merkt man dass die mit eigentlich als einziger space marine orden noch in der neuen edition so eine richtig schöne hero hammer list zu spielen können das habe ich ja früher bei meinen blood angels geliebt aber viele charakter modelle die gehen irgendwo rein und da ist halt irgendwann nichts mehr ne ja das stimmt das richtig haben sie bei allen anderen irgendwie so ein bisschen gekillt aber hier finde ich es geil dass sie es übernommen haben ja ja gerade auch genau die die stärke des individuums wirklich aber das passt ja auch sehr gut mit dem lore der black templar zusammen dass die black templar ganz ganz stark auf eine individualisierung setzen ja aber ich voll bei dir kurz noch mal zusammengefasst was macht er auf siegesmund du kannst zwei warlock trades vergeben einer davon muss glaube ich ein black templar muss aus dem code aus dem supplement black templar sein wenn ich es richtig lese ja genau it must be from the black templars warlock trades genau aber gut ich meine was du in wahrheit tust ist natürlich sort of imperium und master of arms ja und dann hat er zwei attacken mehr punkt stärke mehr damit geht die stärke mit dem sort of judgment auf acht und dann bam 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 und dann gibt ihm genau dann wird ein imperial dann wird ein imperial oder chaos knight zerhackt das ist großartig wenn einfach so ein kleines männchen da ranläuft und was ist dieses riesen viel weg ich hatte das schaden kamerad ja ich hatte das in der achten edition als das blatt auf bei buch für die blatt angels kam und ich habe mit einem komplett hoch gebieften smash captain mit dem thunderhammer damals mit dem hammer von wahl in den bane blade reingegangen und er hat diesen bane blade einfach komplett in einem einzigen nahkampf auseinander gerissen ja das kann hier jetzt der terminator sergeant wenn du dem eine meisterhafte meisterhaften thunderhammer gibst ne und champion of the feast trifft er damit trotzdem weiter auf die drei wenn dann noch hier gott wie heißt fury of the first trifft auf die zwei mit stärke neun stärke acht und dann stärke acht minus zwei vier schaden ich denke da das ballert ja da feilen da feilen dinge um und es sind dann doch fünf attacken im angriff genau ja ja ich liebe sowas da machte nichts falsch ja ich habe mir als strata gemm die wild push ausgesucht das ist so ein ding ich stehe auf diese utility strata gemms tatsächlich und die wild push kostet ein cp ist ein battle tactic stratagem und das kann man auf eine core oder eine charaktereinheit sprechen und das hat so zwei versionen sage ich mal die erste macht solange man nicht in der nahkampfreichweite einer gegnerischen einheit ist darf man zusätzlich eine normale bewegung bis zu drei zoll in die richtung der einheit machen und man muss halt näher landen oder sobald man in der nahkampfreichweite des gegners ist darf man einen zweiten teil in machen das interessante daran ist es steht at the start of the fight phase nicht your fight phase das heißt man kann das sowohl in der eigenen als auch in der gegnerischen nahkampf phase jedes mal sprechen das heißt man kriegt pro spielzug sechs zoll zusätzliche bewegung oder sechs zoll zusätzlichen pilot tatsächlich ich habe es auch in turnieren ganz anders benutzt und zwar wir hatten obscuring terrain und ich habe in meiner bewegungsphase den redemptor dreadnought mit vier laser kanonen und cyclone raketenwerfer in das terrain rein bewegt habe geschossen und habe in meiner eigenen angriffsphase devout push gemacht und ihn wieder näher aufs missionsziel zu bewegt und wieder aus dem dings raus oder das ist geil ja stimmt quasi mini fire and fade für black templar und also black templar thing to do aber ich habe mich sehr schlau gefühlt da hat das monokel schon im auge gesessen hat übrigens überhaupt nichts gebracht ja mega verloren aber da kurz kurz habe ich mich so gefühlt als wäre ich richtig klug ja großartig finde ich ein super stratagem super utility ich stehe auf sowas machen wir noch eine zweite runde daniel ja tatsächlich habt ihr jetzt auch die so weg alle die ich mir noch aufgeschrieben hatte ich habe jetzt noch ein bisschen sag mal ich sag mal so honorable mention shock and awe jetzt hast du mir meinst du seid weil ich meine der signature move der black templar ist wahrscheinlich früher auch immer gewesen man ballert mit dem landrider crusader nach vorne und der spuckt halt eine ganze menge assault terminator sauce mit sturm schild und hammer und allem drum und dran und jetzt kannst du das so ein bisschen machen war nicht so richtig also du darfst ja nicht mehr bewegen danach aber vorfahren aussteigen lassen kannst du machen und das muss man dazu sagen der landrider ist wesentlich besser bewaffnet als dieser scheiß impulsor das ist richtig und ich glaube der koste genauso viele punkte wobei der wobei der neue der neue impulsor für die black templar mit multimeter belacos missile array und nicht der repulsor impulsor sowohl impulsor als auch repulsor können jetzt noch mal ein multimeter obendrauf haben der ersetzt quasi den heavy ist aber plötzlich hast du nämlich ein eigentlich einen vollwertigen kampfpanzer weil du hast einen raketenwerfer du hast einen multimelter du hast einen haufen bolter schüsse unten fünfer retter auf einem sieben lebenspunkte drei plus und elf wunden modell was gar nicht so viel kostet also plötzlich geht das schon also ist immer noch nicht geil aber ist okay ist okay da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht das stimmt ja ich habe überall meine aber nicht überall aber ich habe an zweien habe ich meine meine heavy stubber abgeschnitten und multimelter dran gebaut ach ja mein sisters herz schlägt da jetzt höher weil ich habe auch überall melter angekleistert melter und flammenwerter die holy trinity der der soros ja daniel das warst du ja gerade dann stefan ja noch eins hätte ich also ich hätte noch ein zweites aber ich hatte noch vicious week post finde ich jetzt ist ein bisschen historativ aber das finde ich zum beispiel nicht schlecht weil gerade stefan sagt ja auch also die die tödlichkeit des spiels ist nun wirklich sehr sehr ausgeprägt aktuell und wir haben ja auch ab und zu mal probleme mit diversen sukubi was und ja aktuell schon und wenn der mir mal so ein black templar trupp zerreißt was er ja ohne weiteres macht dann kann ich dieses turtle gym dafür benutzen gerade wenn es ein großer trupp ist ja situativ oder nicht das allergeilste aber ich finde es gar nicht schlecht ich habe tatsächlich strengths of conviction ist wirklich wirklich toll also das ist das das ist das eine black templar einheit kriegt obsek ja das ist wirklich gut ja und ich habe das gar nicht so gecheckt aber obsek bedeutet ja sobald ein modell von dir und ein modell vom gegner obsek hat zählt die anzahl der modelle die obsek haben auf dem missionsziel ja das bedeutet keine ahnung also du bewegst halt irgendwie gerade so blade guard halt die klassischen dinge die vorne stehen terminator trupps blade guards und sowas ja das ist ja in der regel ein haufen von und plötzlich funktioniert das erstaunlich gut dass man missionsziele hält obwohl da dieser dämliche taufeuerkrieger noch rumsteht ja ja da bin ich bei der das ist eine super fähigkeit also super da bin ich auch komplett drüber alter das habe ich überhaupt gar nicht gesehen ich habe es mir auch nicht mal richtig gut ich habe es mir auch nicht markiert ist ja richtig gut ja ja vor allem also was genau was es vor allem macht und das ist eine sache die mich sehr sehr happy macht du kannst trotz allem noch mit dem impulsor auch wenn du jetzt nicht mehr in nahkampf kommst aber was du machen kannst ist zum beispiel impulsor vor blade guards raus blade guards auf dem missionsziel sprinten lassen strength of conviction an also in runde 2 wenn du den zweiten zug hast und du nimmst dem gegner der in der regel am anfang des spiels ja auf zwei missionszielen steht in runde 1 die zehn punkte ja stimmt und die blade guards landen da so oder so die sind plötzlich da ziemlich nervig und haben dich gleich noch fünf siegpunkte gekostet und also kommt darauf an wie der gegner aufgestellt ist mit einer schnellen liste würde ich nicht machen aber wenn ich weiß dass der ohnehin probleme haben wird seine primaries voll zu kriegen kann schon mal sein dass das die 110 punkte opfer wert ist das ist wirklich gut ja tatsächlich da habe ich auch komplett geschlafen als ich das gelesen habe hier gefällt mir sehr gut ja vor allem dass du jederzeit überall anmachen zu können ja das ist ein ding wenn du das gut im hinterkopf hast da kannst du wirklich gute punkte mitmachen ja ja richtig gut ja ihr habt mir tatsächlich meins genommen jetzt das zweite dementsprechend würde ich sagen springen wir mal weiter ich finde das sind ganz okay strata jams tatsächlich es gab schon bessere meiner meinung nach bei space marines gerade die die space wolfs haben wir extrem viele utility strata jams die ich sehr gut fand oder ja noch besseres beispiel dark angels aber die sind schon sehr solide finde ich kommen wir zu den liter nein das ist super spannende also quasi die psihphase der black templars da habe ich mir tatsächlich alles markiert ja ich fange einfach mal an weil ich kein strata gem nennen durfte da bin ich jetzt einfach mal egoistisch ich nehme die 6 of glory die macht zum start der kampfphase wenn dieser priester in der nahkampf reichweite eines gegners ist da war zuerst kämpfen schon mal sexy dann each time the priest fights mit einem kurzen sacanum oder einem art fischer kroatius oder einem relikt das eine von diesen beiden waffen ersetzt dann trifft jeder trefferwurf von 6 zweimal zusätzlich und er bekommt übrigens noch eins auf die stärke wenn das ding durchgeht und damit wird zum priester ein richtiger beatstick meine herren ja sehe ich auch so aber sich mal aufgefallen dass auf glory sich andere wie eine power metal band das richtig ja ja volle kanne müssen dem priester dann aber richtig lange haare mit green star verlieren ja das finde ich super also ich zum beispiel ja also das hier wäre zum beispiel so ein ding wo ich mir überlegen würde ja das könnte man eigentlich sprechen wenn man die stratage benutzt was du vorgestellt hast wenn man vielleicht andere verteilt hat und dann einfach so was was ich würde jetzt noch eins und dann nehme ich das noch auf meinen priester damit er noch mal härter zuschlägt ja genau stefan ja also für mich persönlich aber ich spiele auch oder habe zumindest letztes mal die crusader trupps in eben dem vollen 20er ding gespielt also acht neophyten elf normale black templars und ein schwertbruder ähm und da ist dann äh divine protection also litanei des göttlichen schutzes einfach der absolute burner weil du würfelst so viele würfel dass du auf jeden fall äh das ist quasi fünf plus viel no pain saugeil vor allem in kombination mit dem wow ne dass du ja so eine kleine transhuman hast wirst nur auf die drei verwundet hast ein fünfer retter und ein fünfer viel no pain und ein apothekarius ja ähm ich sag mal das adeptus mechanicus hat die einheit trotzdem in der runde zerstört ja okay habe ich so für mich festgestellt aber die anderen beiden turnierspiele hat der 20er trupp einfach überlebt nicht kaputt gegangen ja naja gut gegen atmech das ist immer so seine eigene liga ja kannst du halt nur gucken ja aber das ist auch eine geile geile fähigkeit auf jeden fall aniel ja ich als alter gray night spieler würde plea of deliverance nicht gerne hören ganz und gar nicht also das ist einfach mal lampe ausknipsen da ist nichts mehr mit psionik also ich kann eine co-einheit oder ein charakter hat immun gegen sieg kräfte machen und das beenden was schon drauf ist hätte das mal mit hier vortex of doom so ein kram vor der einfach darauf aus irgendwas auszulöschen und dann kommt der black das spieler und sagt nein ne kollege heute nicht fertig finde ich ziemlich gut also auch wieder so ein ding zumal ich würfeln muss was einfach passiert zumal ja jetzt auch die meter sich stark richtung graynights entwickelt nachdem 1000 suns ich glaube 1000 suns sind immer noch so eine schläfersache also wenn das einer mal richtig richtig das ding ne schreibt mal richard siegler schreibt mal richard siegler bei instagram an oder nick nanavati ja ich weiß nicht ob der in letzter zeit hat richard siegler öfter geworden ja ja aber die also muss man muss man tatsächlich sagen äh wenn man es vorher weiß ne und so eine 1000 suns ähm smite liste wirklich hat als gegner dann das nehmen geil ja ja eindeutig definitiv eben spuckst du so in die suppe ja hast einfach instant gewonnen ja haben wir noch eine litanei die wir unbedingt vorstellen müssen gegen mir nicht also ich muss ehrlich sagen divine protection die anderen sind so vorher der hingabe und also die anderen sind letztlich hauptsächlich zum damage output erhöhen da ne das ist ja cool manchmal wichtig die die sind halt die die stehen halt ganz ganz oft also ist meine erfahrung ähm ob ich jetzt bei sechsam mortal wounds machen will ob ich eine attacke mehr im angriff haben will oder ob ich die normale chaplain äh litanei also die sie dürfen alle treffer im nahkampf wiederholen auslöse das hat sich erfahrungsgemäß ganz selten was genommen also die sind alle drei irgendwie die haben alle drei was für sich und am ende kommt es darauf an wie du würfelst ja wenn du richtig geil würfelst kann es sein dass die chaplain litanei völlig sinnlos war wenn du richtig scheiße würfelst machst du keine mortal wounds ne es ist einfach kann also wenn du sie nicht wirklich aufeinander stackst sondern nur eine davon aussuchen kannst was ganz oft der fall ist weil du hast quasi litanei auf divine protection auf ne key einheit und dann hast du noch eine mit dem chaplain übrig sozusagen die du irgendwo drauf haust und dann wird es halt schon schwierig ja also nützlich sind sie alle ja aber ja können alle gut verwendet werden definitiv ja ähm ja um diese litanei noch weiter zu auszubauen oder den priester vielleicht noch auszubauen kommen wir mal zu den warlord trails ich bin mir fast sicher dass wir alle das gleiche angekreuzt haben äh wir haben es ja bei stefan eben schon gehört ähm stefan master of arms daniel paragon of fury das stimmt denn nicht mit dir ich habe auch master of arms ja dann musst du das jetzt auch vorstellen ja ähm wie gesagt also wir hatten ja eben diese kombi mit dem schwert also wo drauf kommen ist halt stärke acht letzten endes was super ist ähm ich finde also klar sicher master of arms sehe ich absolut ein ich fand aber paragon of fury halt so geil weil du schaffst es wirklich ähm ordentlich zu mortal wounds zu regenerieren äh alles in den engagement range also wenn der alleine irgendwo reinkracht vielleicht auf dem bike oder sowas ne ist ja auch alles immer noch möglich du hast genug in der reichweite da kannst du genug würfeln auf irgendwelche mortal wounds und plus eins auf stärke ist sowieso der hammer gerade mit den anderen sachen also du kannst so viel also wie gesagt wir haben es ja eben schon gehabt hero hammer du kannst so viel stacken auf die einzelnen charaktere die werden nachher brutal tödlich ja ja okay dein einwand ist ist genehmigt aber ich bin bei stefan ich hätte auch immer mal soft arms genommen ähm was ich noch markiert habe ist auch ganz okay ist oathkeeper ähm der darf halt sechs zoll ruhig intervenieren und äh darf sechs zoll ähm äh na äh darf danach sechs zoll nochmal einpeilen quasi mhm das ist ganz okay also das hatten die space wolves ja auch das hat sich ein paar mal schon oder war ein paar mal nützlich aber ist jetzt halt eher situativ wo master of arms ist halt so ein ding gibts ihm ab ins gesicht spaß haben ja wallet trades dann die relikte ich hab die vermutung dass wir da auch wieder viele selbe sachen haben ähm weil du eben so ein ausbrecher warst daniel was ist dein relikt was du markiert hast sort of judgment fit äh stefan haha ähm ähm tatsächlich lustigerweise ich hab tan houses bones noch nicht probiert hm das ist übel also ja ist es aber vor allem mit dem strategien dass ein gegner auf das modell schlagen muss ähm aber tatsächlich äh hab ich bisher irgendwie in meine gebaute liste hat's noch nicht reingepasst mal gucken ich will's unbedingt mal ausprobieren hab ich aber noch nicht ähm und sort of judgment hatte ich bisher auch immer dabei ja muss ich sagen ansonsten ähm ja was halt echt immer geht einfach wegen der aura erweiterung ist der crusader cell mit auf den apothekarius genau den hab ich mir auch mal das ist einfach das ist ein no brainer ja weil stimmt ja bis hin sagt hey bladeguard veterans plus oder oder besser noch sogar sturmterminatoren plus eins durchschlag dann haben sie wieder minus drei drei schaden los geht's und halt die vier zoll bubble für den sechser feel no pain und den äh wiederbelebungsdings ist einfach der wahnsinn ja einfach signifikant besser als alle anderen apothekari im spiel ja definitiv das ist wirklich gut das ding ähm ich glaube ich würde auch tatsächlich jedes mal den cp ausgeben für ein zusätzliches relikt dass man sowohl den helm als auch das sort of judgment eben mitnimmt wobei ich auch ich hab mit florian äh äh gestern äh eine ganze zeit geschrieben und der hat auch gesagt boah tannhäuser bones ist richtig geil gerade gegen die meisten Armeen aktuell ähm ich glaube gegen orcs würde ich es nicht spielen weil die einfach so viel output haben an schuss dass das wahrscheinlich nichts bringt aber gegen fast alles andere finde ich das auch richtig gut ja war das nicht auch gab's ach oh gott ähm der der gravis captain hatte der nicht auch eine sonderregel äh dass er zusätzlich auf den drüster kriegt wenn nur ein schaden kommt oder so war da nicht was äh äh du kannst einem gravis captain plus eins äh rüstung das heißt glaube ich äh standhafter widerstand oder irgendwie so keine ahnung ist ein 1 cp strategien dass du einem gravis modell plus eins rüstung geben kannst wenn der gegner nur einen schaden macht genau das bedeutet äh gravis captain also generell ähm der christ der christopher bacher der ähm spielt die black templar ja auch kompetitiv hoch erfolgreich und der hat tatsächlich gesagt scheiß auf den scheiß auf den ähm äh äh bike chaplain gibt es einen gravis captain weil der gravis captain langt im nahkampf auch ordentlich zu ja der nähefaust ja genau und da hat er einfach recht also der gravis captain ist die sehr sehr viel weil den chaplain willst du gar nicht opfern müsstest ihn aber opfern und den gravis captain also der gerät auch in schwierigkeiten hat aber viel mehr möglichkeiten mit denen auch selber umzugehen ja ja bin ich bei dir ähm ja das waren die relikte ähm jetzt kommen wir zu einer mechanik die ich ganz interessant fand tatsächlich äh das sind die relikt träger die relik bearers und ähm wenn ich das richtig verstanden habe ist das äh für ein modell aus der einheit wahrscheinlich nimmt man in dem fall immer den sergeant ähm und dem kann man für punkte ein upgrade kaufen das kennen wir zwar schon aus anderen äh codices das funktioniert hier aber ein bisschen anders und zwar kriegen die quasi ein relikt was man denen geben kann und diese relikte äh finde ich teilweise richtig gut muss ich sagen vor allem die kosten gar nicht mal so viel punkte in der regel nur so 10 15 ähm und ich würde jetzt einfach mal ganz ungeniert anfangen ähm ich weiß dass stefan das machen möchte deswegen nehme ich ein anderes äh ich würde jetzt mal die bones of mordred nehmen ähm mit knochen haben sie es aber ne mit knochen haben sie es ja aber die tragen ja auch manche von ihren kameraden hinten um den rücken mit ähm und das macht das jedes mal wenn ein modell im nahkampf einen unmodifizierten wundwurf von 6 macht äh dann gibt es noch einen mortal wound extra ähm und da der sergeant ja in der regel immer mit einem catchwert oder mit einem powers ich glaube ein powersword kann man bei den primaris inzwischen auch geben ähm du kannst bei den primaris kannst du mittlerweile energiehammer energiefaust energie schwert ketten schwert geben genau oh und energiehammer auch schon okay ja das ist ja da bin ich schon länger raus jetzt ähm ja dann erst recht finde ich die gar nicht so schlecht äh stefan boah ich hab tatsächlich also kommt drauf an wem ähm icon of hindman auf jeden fall auf die blade guard oder die terminatoren ne weil damit ist es quasi immer entweder der 2 plus oder der retter aber du kommst nie in die verlegenheit dass dich irgendjemand auf die 3 plus zwingt das ist eigentlich ganz cool ja ähm und ansonsten auf sowas wie ähm eradicator oder so das obsidian kreuz obsidian kreuz und schadenswert jeder attacke 1 abziehst weil dadurch wirkt plötzlich also dadurch tankt quasi der erste eradicator der stirbt ähm zum beispiel halt 3 plasma schüsse oder so ne also er nimmt einfach die wahrscheinlichkeit dass die einheit sofort tot ist wird dadurch drastisch reduziert ja also das hab ich jetzt so für mich ansonsten fist of baltis immer ein absolutes ding deine ev ist nochmal eine bessere ne ja ist halt wieder schwert nur besser hat einen hat einen punktschaden mehr und kriegt den abzug zum treffen nicht und damit ist die halt der wahnsinn also ganz ganz groß ähm siegel des siegesmund haben genau ja alle gesagt ist geil wenn der gegner klug ist also du benennst eine einheit gegen die du treffer und verwundungswürfe wiederholen darfst ja wenn der gegner richtig schlau ist erreichst du mit der einheit die das siegel hat die einheit des gegners einfach niemals ja also ich finde aber schon man kann da so ein bisschen den gegner dann in die defensive zwingen also was weiß ich wenn du jetzt weißt okay der hat irgendwie ein secondary gewählt wo wo er eine einheit was machen muss und du sagst ja pass auf wenn ich dich erreiche dann kracht es richtig dadurch zwingst du den ja so ein bisschen vielleicht auch abzulassen von seinem plan also ich finde das ist auch wieder so ein utility ding aber ich bin da bei dir also es ist schwierig wenn der gegner schneller ist zum beispiel dass er einfach sagt ja okay ja genau daniel hast du noch eins ja also da bin ich ein bisschen erstaunt tatsächlich dass da keiner drauf gekommen also beziehungsweise dass da keiner drauf geguckt hat was findet ihr was haltet ihr denn von einer heiligen Handgranate warte ich wir machen kurz eine pause damit ich hier den sound von worms einspielen kann also die drei mortal wounds die potenziellen drauf geschissen völlig egal du kannst halt einfach anknipsen dass jemand zuletzt kämpft einfach so innerhalb von 6 Zoll und das ist dann bei einem zentralen Nahkampf den du eh gewinnen musst irgendwo also wer die Mitte vom Spielfeld hält gewinnt das Spiel letzten Endes und wenn du mit deinem Crusader Trupp oder mit irgendeinem anderen Trupp irgendwo reinballerst also ich weiß nicht also das ist was kostet der der Holy Orb 15 auch also 15 Punkte dafür dass ich das einmal anmachen kann Fight Last Fight Last ist unglaublich stark und äh gut eigentlich ja ja wie oft kriege ich das zum Beispiel aus dem anderen hier aus dem Laternen-Dude raus ich bin nicht der Space Marine-Experte ehrlich nicht der sonst immer macht ähm der Judica genau genau also wie oft kann man das bei dem vielleicht machen zweimal im Spiel dreimal maximal ja ja und da ist Anwendung pro Punkte wesentlich besser das stimmt da bin ich bei dir also das ist auch ein Utility-Ding also diese auch die W3 tödlichen Wunden ähm also das ist zwar in der Schussphase aber du musst ja nur was innerhalb von 6 Zoll wählen und dann ist auch plus 2 W3 Wunden es ist ganz nett also du musst auch nicht mal treffen irgendwas kannst du damit auf jeden Fall beschädigen außerdem finde ich es halt mega lustig wenn einer von den Black Templars eine Heiligang-Kanade ich finde das so ich habe gerade dieses Halleluja ja ist geil auf jeden Fall bin ich ja bin ich bei dir also ich muss sagen das ist auch so ein Utility-Ding und ich glaube tatsächlich dass das richtig angewendet das ganze Spiel drehen kann ja das ist richtig stimmt eigentlich ich sollte die mal mitnehmen absolut korrekt ja ne stimmt bin ich ja sehe ich auch so ja alles andere hat er schon so genannt also wie gesagt die Fist of Baltus würde ich auch mal mitnehmen ja äh die der Flamer ist absoluter Quatsch theoretisch kann man ja auch alles davon mitnehmen ne also wenn man genug Trupps hat die man aufrüsten kann und will ja 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 Chapter Approved kurz die die Secondaries gibt es da eins was ihr ganz nett findet also ich persönlich war nicht so überzeugt genau ich glaube das können wir tatsächlich drüber springen ist einfach also alles ganz lustig aber nicht nicht nützlich ja also das ist alles schlechter als das was du aus dem Standardregelwerk nehmen kannst ja und vor allem aus dem Space Marine Codex weil all four moments sind halt so hier hast du 15 Punkte und genau ja und das hier sind so wie du kriegst diese Punkte unter der Voraussetzung das unter der Voraussetzung das unter der Voraussetzung das und da denkst du dir auch ne da hab ich keinen Bock mehr drauf ja ja also da die find ich wirklich leider auch nicht gut also auch aber ich find das Purge the Enemy Ding halt lustig und auch Fluffy wenn das also wenn das richtig klappt dann ist das natürlich auch wirklich epic ne ja aber das haben wir auch schon ein paar mal wie heißt denn das also auf Deutsch wie steht das im deutschen Codex drin Stefan welches meint ihr Bath the Blade in the Blood of Your Foe ich bahne deine Klinge im Blut deines Feindes oh na gut okay sehr schön okay ja aber das könnte man machen also beziehungsweise fände ich ganz cool wenn man das mal irgendwie hinbekommt aber wenn ich jetzt irgendwie ach das ist Quatsch also ehrlich also das geht das geht bestenfalls bei sowas wie wenn der Gegner völlig also bei Knights ne wo man nicht weglemmen kann oder wenn der Gegner sowas ganz offensichtliches wie einen Schwarmtyranten hat aber selbst dann sagt der Gegner halt auch einfach so was ist eigentlich wenn der wegfliegt eben also ganz genau also du klar du kannst ihn zwingen ihn rauszunehmen bis aber du musst ihn halt trotzdem jagen also da musst du schon sehr sehr überzeugt sein was natürlich klappen kann ist sozusagen der Terminator ähm 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 na quasi Dropout Assault ne wie heißt es na halt einfach der Deep Strike mit dem Ordenspriester und die kriegen plus zwei auf den Charge weil dann kriegen es plus zwei auf den Charge und dürfen ihn automatisch wegen Black Templar rerollen damit ist der relativ wahrscheinlich geschafft und dann haust du den halt mit einer Einheit mit acht Terminatoren weg und holst dafür die 15 Punkte weil dann zwingst du deinen Gegner für immer den Warlord auszuscreenen ja würde ich jetzt wenn der Warlord ein Skitari Marshal oder sowas ist nicht machen aber für einen Schwarmtyranten oder sowas gerade bei einer Tyraniden Monsterliste wird es dann doch schon schwierig also du kannst das schon möglich machen ist aber halt immer noch ein Glücksspiel wenn du zweimal eine Doppeldrei würfelst dann steht er da kostet dich dein Würfelpech halt 15 Punkte steht er da mit rückgelassener Rüstung genau und du hast in der Regel hast du bei sowas ja nur einen Versuch also weiß ich nicht ich sag mal das ist was wenn man weiß dass man sonst verlieren wird also wenn der Gegner so viel besserer Spieler ist als man selber dass man sagt ich brauche diese 15 Punkte dringend ich mache jetzt einfach ein Glücksspiel draus dann kann man es auch probieren ja klar du hast recht man kann ein kleines Mindgame mitspielen das stimmt schon aber ach ja ist nice to have maximal wie gesagt die sind alle nicht so das sind alles so viele Bedingungen auf Bedingungen auf Bedingungen wo du es anderswo wesentlich einfacher kriegen kannst ja ich gucke gerade mal auf die Uhr weil wir heute ein bisschen im Zeitdruck sind deswegen würde ich uns mal schnell weiterschieben auf den Namen auf den Namen Generator auf den Namen Generator genau habt ihr euch die Crusade Sachen angeguckt beziehungsweise du spielst ja auch Crusade mit denen wolltest du oder findest du da irgendwas erwähnenswert für Crusade oder sagst du es ist halt tatsächlich primär die Kreuzzugseide das ist halt super cool du kannst irgendwie sagen boah ich werde meine Feinde zerstören während ich die Tempel des Imperators aufrechterhalte und die Maschinen der Unterwerfung vernichte die Linientruppen des Feindes dezimiere und die größten Bestien zu Fall bringe und wenn du all das gemacht hast das dauert dann immer so in der Regel vier bis fünf Spiele dann kriegst du danach quasi ein Shitload of Relikte die du an deine Black Templar verteilen kannst das ist eigentlich ganz lustig also und da sind auch so coole Sachen dabei wie das auch ein Nicht-Charakter-Modell dann äh Quatsch ein Nicht-Priester dann plötzlich Gebete sprechen kann und sowas also oder das schwarze Schwert von Sigismund das ist leider totale Scheiße echt? ich find das mal cool ja es ist geil dass man's haben kann aber das schwarze Schwert von Sigismund hat folgende beeindruckende Werte es hat plus drei Stärke minus fünf drei Schaden ja und du sitzt so da und denkst so aber wofür brauche ich die minus fünf ja wenn die Hexen was du da kann nein ja stimmt und wenn das Schwert so schlecht war dann muss Sigismund ja extra hart gewesen sein und dann ja genau also vor allem in dem in dem letzten Siege of Terror Roman auch so das Schwert führte ihn es war quasi als würde das Schwert seine Gegner aussuchen er fand sich selbst darin es ist irgendwelche Psi-reaktive krasse und so es hat minus fünf hätten sie auch minus zwölf dahin schreiben können und im legendären Duell gegen Abaddon heißt es dann sorry ich hab die Rettungswürfe gestanden ja genau also da hätten sie wirklich irgendwie keine Ahnung ich hätte halt sowas wie Drachnien oder so erwartet ne also quasi die Dämonenwaffe die es in Wahrheit halt ist ja na gut aber das haben sie beiden Grey Knights ja auch nicht geschafft mit dem Black Blade auf Entwür das stimmt ja insofern warum sollten wir es besser haben ist richtig genau aber das war es auch tatsächlich schon ansonsten sind die Crusade-Regeln cool ja kann man sich nicht beschweren ja ich würde noch gerne noch mal auf den Namengenerator zurück wieso hast du da einen schönen Namen gefunden ja da gibt es so einen da kannst du deinen krassen Übermenschen-Captain der alles kaputt klopft mit Vornamen Dietmar nennen Dietmar ja oder Dietrich Dietmar Dietrich wenn du möchtest Karl Mannje Dietmar Karl Mannje auch schön Riker gibt es auch als Vornamen und Guy aber ja egal gehen wir mal weiter ich sag mal der Namensgenerator kann mal ganz gepflegt in die Tonne ja sicher ich finde das nicht so ideal von den Orks ein bisschen witziger wo du dann sowas hast wie Worldfather und sowas als Nachnamen das soll ja auch so sein ist alles gut ja so vielleicht als letzten Punkt nochmal die neuen Modelle vielleicht nochmal so kurz drüber fliegen was können die was können die nicht sind wir zufrieden ähm ich finde wir sprechen als erstes mal über The Man Himself Mr. Kartoffelsack überm Gesicht ähm Hellbrecht ich finde ich war am Anfang hatte ich so so im Hinterkopf so dieses äh der ist zu langsam glaube ich aber ich bin nicht mehr so sicher dass der tatsächlich so scheiße ist äh wie ich zuerst dachte weil wenn der ankommt ist der halt fast ein Delete-Button für alles was existiert ähm also der ist wirklich krass für das was der an Punkten kostet ich guck grad mal hier schnell der kostet meine ich 140 äh Gott ich find sie grad nicht hat jemand schnell die Punkte zur Hand ja nein der High Marshal des Eternal Crusade kostet ähm 160 160 und dafür ist der echt krank also hier die äh das Schwert des High Marshals entweder hat er mit dem Ding 12 Attacken äh mit Stärke 6 minus 3 macht 1 Schaden oder eigentlich ist er 17 ne 17 17 naja wir gehen ja davon aus dass er angreift achso ja 14 ja 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 stimmt und ähm wenn man ihn halt wenn man halt zweihändig kämpft dann hat er halt Stärke 12 minus 3 macht 3 Schaden und ballert dem Gegner das halt alles ungebremst ins Gesicht und das ist schon ziemlich geil muss ich sagen und auch seine seine Boltgun find ich fett da ist ein Melter mit drin für 12 Zoll ähm ansonsten halt Rapid Fire 2 5 minus 1 1 auf 30 Zoll der ist schon echt ein Brecher für 160 Punkte zusätzlich zu ihren Fähigkeiten was was haltet ihr von ihm also meiner wird gerade von Ben bemalt ich harre der Dinge ich hab ihn noch nicht ausprobiert aber ähm hab schon sehr begeistert auf Tabletop Tactics ähm und äh Dings hier ähm SN Battle Reports zugesehen wie er verwendet wurde also ich kann's kaum erwarten ihn zu benutzen Tabletop Tactics ist großartig oder ja ich bin auch tatsächlich mittlerweile die Jinx ist ich find das so großartig wie deren Lernkurve ist das ist echt krass ja ja absolut also dass man da mal jemanden sieht der wirklich von einem okayen Spieler zu einem guten in Echtzeit wird find ich ganz ganz spannend weil der halt auch super Coach ist also kann man ja auch nicht ja klar der Lawrence ist halt einfach wirklich ein super guter Spieler ja definitiv merkst du auch jedes Mal wobei ich vermisse Bone ohne Witz das war so herzergreifend bei seinem letzten Spiel zu sehen Herz und Seele ne ja so krass also ich hätte nicht gedacht am Anfang war der mir zu viel am Anfang mochte ich ihn nicht und dann bin ich also wirklich der hat sich so so in meinen wirklich in meine Emotionen so reingewieselt ich weiß gar nicht wie das passiert ist und irgendwann konnte ich nicht mehr ohne ihn ich hab auch mal einen Bericht ach Gott ich weiß gar nicht mehr wo das war auf der LBO Erfahrungsbericht Leute die waren ja auch da die ganzen Jungs noch vor Corona als das alles so stattgefunden hat und der Typ hat ständig verloren der war halt auch mit da und die haben es nur so mitgekriegt am Rande der hat sich aber die ganze Zeit amüsiert wirklich ohne Ende also nur positive Schwingungen verbreitet die ganze Zeit das ist geil ja ja solche Leute sind da einfach ja wie gesagt Herz und Seele der Community Leute die verlieren und trotzdem das Wichtige nämlich den Spaß an der Sache nicht vergessen ja das ist super ja jetzt kommen wir von Heimarschal Helmricht auch positive Leute wie geht das denn genau guck mal hier der lächelt doch auch so schön auf seinem Helm ja wie findet ihr denn Grimaldos oder ist das ein Lächeln ich glaub das ist ein Lächeln oder ja doch schwierig ja ja natürlich es ist die ähm der Zahnarzt würde sich freuen Grimaldos ist ne also ich liebe die Figur ich nehm ihn auf jeden Fall für alle äh narrativen Spiele mit weil Geilo Merrick Grimaldos bester Mann aber ähm tatsächlich so per se jetzt unendlich überzeugt ihn die ganze Zeit dabei zu haben bin ich nicht oh ok also so rein ich weiß nicht irgendwie keine Ahnung Master of Sanctity und Grimaldos nehmen sich gefühlt nichts ja das ist also gerade wenn du den Apothekarius dabei hast brauchst du den Sechser Feel No Pain von Grimaldos nicht und eigentlich willst du den Apothekarius sehr dabei haben und er gibt halt wirklich äh zwölf Punkte für Assassinate aus ab oh weil die kleinen Viecher auch Charaktere sind ne ganz genau ah und wenn er erwischt wird zwölf Punkte verloren scheiße scheiße ja auf die Idee bin ich gleich geiler Mist ok gut ja ja ich hab was gelernt ja ok ja dann bin ich vorher bei dir ja lass mal sein vor allem trägt er irgendwie kaputte Schwerter mit sich rum der kann auch nicht ganz richtig sein also da hat Gewehr dann aber geschlafen muss ich sagen das find ich schade ja ja vor allem ist auch nicht FAQt worden ne bis jetzt nicht also stimmt das FAQ ist ja schon raus das FAQ ist schon raus ist nicht FAQt worden stimmt hm ja schade ja aber allein das würde ihn schon komplett disqualifizieren ja ja ist einfach so weil du du schenkst dem Gegner einfach quasi fast ein volles Secondary ja hm schade kann das denn der Empress Champion retten also ja vielleicht weiß nicht ähm alles davon ähm ich glaube um ehrlich zu sein das Problem ist du hast ja nehmen wir mal an du spielst wirklich das Mono Battalion ne dann hast du ja drei Characterslots frei sagen wir du nimmst Helbrecht mit weil er ein Auto Include ist sagen wir du nimmst den Master of Sanctity mit dann hast du jetzt noch einen Charakter übrig den du mitnehmen kannst könntest mhm der Judika macht was sehr ähnliches nur mit Fight Last und ist halt eigentlich genau dasselbe Ding ne ja nur weniger Black Templarig schwierig ich seh den Punkt ich seh den Punkt ich hab noch nicht gesehen wie ein Empress Champion also für alle Narrativen Spiele unbedingt mitnehmen saugeil liebe das Modell und er ist gut so ist es nicht aber es ist halt jetzt nicht es ist nicht das wo ich sagen würde wow geil da muss muss einer mit wenn ich irgendwie auf ein Turnier fahre oder so gar nicht leider also ich glaube das Problem was ich mit ihm sehe ist völlig richtig der ist nicht schlecht absolut der haut auch zu ordentlich und all diese Dinge aber ich glaube er würde am Ende nur ein kleines bisschen zu dem hinzufügen wovon du eigentlich eh genug hast auch im Nahkampf ja ganz genau also gerade im Vergleich zum Judika der ja halt dieses total wichtige Fight Last gerade mit einer Nahkampfarmee verteilt hast du völlig recht bei dem Vergleich musst du dir absolut recht geben also Fluff technisch sicher der gehört dazu wie wie Alkohol Feuerwaffen das gehört zusammen aber in dem Fall Fragen ja Silvester ja ganz kurz ganz kurz und weil es nichts damit zu tun hat ich dachte es erheitert euch vielleicht ich habe gerade von Games Workshop eine E-Mail gekriegt verschenke Warhammer plus zu Weihnachten für deine Familie ihr könnt mich mal kreuzweise ich meine oh wir müssen aufpassen sonst helten wir hier wieder weil wir haben unter unserem letzten Stammtisch haben wir ein bisschen auf die Finger gekriegt weil die Leute gesagt haben wir hätten ein bisschen zu hart drauf gehauen auf Warhammer plus ja merkwürdig wir haben ja auch ein Video dazu gemacht und bei uns war es so als hätten wir nicht hart genug drauf gehauen also was okay ja also wobei ich gar nicht gar nicht weiß worauf sich da dann konkret bezogen worden ist aber so oder so Warhammer plus also gut dann sollt nicht ihr gehatet haben aber dann mein Name ist Stefan von 1000 für den Imperator und Warhammer plus kann mich mal ja ohne Witz fürchterlich ich meine wir verlinken natürlich das Video damit ihr da hätten könnt ne ich schenke es meiner Mama die kann da bestimmt viel mit anfangen ja das ist doch schön ey Wahnsinn okay so Entschuldigung zurück zu dem alles gut ja das waren so die drei wichtigsten Charaktere ich guck grad mal auf die Uhr wir haben es 31 wie sieht's denn bei dir aus Stefan schaffen wir noch einen Trupp oder sagst du ich glaube ich über die Schwertbrüder reden genau das wäre natürlich auch mein Vorschlag gewesen genau weil die haben tatsächlich also die haben wahnsinnig wahnsinnig schönes eine wahnsinnig schöne Modellrange die sehen ganz ganz toll aus mit Ausnahme dieser seltsamen Kombi Waffen ja die sehen auch keine Ahnung weiß nicht was da los war die haben so total gut proportionierte Nahkampfwaffen schaut alles geil aus und dann so hier nimm dieses menschengroße Gewehr mit auf das man den Plasmawerfer obendrauf getackert hat es hat mich so ein bisschen an Orkwaffen erinnert so einfach ja genau also mal gucken was ich finde zack oben drauf ab geht's ja und tatsächlich das Riesenproblem ist Schwertbrüder sind eine saugeile Idee ich hatte gehofft die sind besser aber das Problem ist auch auch da wieder das ist so eine Sache die hat der Black Templar Codex ganz ganz oft das ist eine geile Idee aber es ist im eigentlichen Space Marine Codex schon besser drin gemacht und die Regeln der Black Templar machen eine Space Marine eine reguläre Space Marine Einheit besser als die eigentliche Black Templar Einheit wenn ich die Wahl hab ob ich vier Schwertbrüder oder drei Blade Guard Veterans mitnehme ist das eigentlich keine Überlegung genau das ist auch mein größter Kritikpunkt da wollte ich auch gleich noch drauf eingehen das ist mein größter Kritikpunkt an dem Supplement von den Black Templars dass ich den Eindruck habe es ist so ein bisschen man mag es mir verzeihen liebe Black Templar Spieler dass so ein bisschen das drittgeborene Kind was früher ins Kloster gegeben wurde das passt ja hier eigentlich auch ganz gut eigentlich hat man es lieb aber man möchte es auch nicht unbedingt durchfüttern weil da bin ich voll bei dir du hast es sind geile Einheiten die können auch wirklich was austeilen und so weiter aber der Erstgeborene ist halt irgendwie immer noch einen Ticken besser und das finde ich schade das war auch bei den bei den anderen Supplements so wobei nicht ganz so stark ausgeprägt finde ich das merkt man bei denen jedoch ein bisschen stärker absolut ja das ist ja gerade ich wobei mal gucken was dann die zehnte Edition immer macht oder jetzt auch die neuen Regeln das Gute an diesem Supplement ist ja dass es uns jetzt wahrscheinlich sehr sehr lange erhalten bleiben wird so drei dreieinhalb Jahre ja mindestens irgendwie gefühlt und mit ein bisschen Glück rebooten sie ja jetzt nicht wieder mit so Indizes oder so sondern das bleibt jetzt erstmal so und dann dadurch dass sich die Grundregeln dann verändern sozusagen hast du vielleicht auch dann eben so Überraschungsgewinner dass plötzlich dann sowas wie ein Schwertbrudertrupp keine Ahnung wenn sich zum Beispiel die Regeln für den Energiehammer radikal verändern oder für Energie klauen oder so ist plötzlich dann der Schwertbrudertrupp doch wieder geil oder was weiß ich irgendwie so also das ist ja zum Beispiel mit den Vanguard Veterans so passiert die waren in der achten Edition konntest du sie vergessen und dann plötzlich zack hoppla richtig gut ja genau jetzt sind sie überall genau vor allem das der moment deutscher Satz der Vorteil so wenn das halt ein Supplement ist das heißt ich bin mir relativ sicher wir werden nächstes Jahr irgendwann einen neuen Space Marine Codex sehen alleine schon wegen erst nächstes Jahr das muss noch vor der Wester passieren ich bin mir relativ sicher ich habe da auch jetzt im Podcast mit Michael von Schock 2 drüber gesprochen wird dann verlinkt wenn der vorher rauskommt man sieht ja die ersten Hinweise schon in Space Marine Teil 2 dass es wahrscheinlich demnächst noch primares Sprungtruppen geben wird und ich könnte mir vorstellen dass sie halt mit dem neuen Space Marine Codex kommen und die Black Templars würden dann ja auch wieder davon profitieren und da kann man ja dann sag ich mal diese Feinjustierung nochmal nachholen dass die Ordens eigenen Einheiten besser sind ja ich bin auf jeden Fall sehr gespannt wo es hingehen wird mit den Jungs es gibt ja auch noch nicht so viele Turniere wo die gespielt wurden dann letztendlich ich bin mal gespannt wo die sich einreihen werden ich glaube Stand jetzt sie sind wahrscheinlich der stärkste wenn nicht zweitstärkste Space Marine Order den man spielen kann halt sag ich mal mit Dark Angels in Verbindung ja es ist halt der Quuddel also mit Black Templar ist es halt wirklich ein nicht atmech Gefuddel aber es ist schon du musst schon an viel denken und viel nebenher und miteinander machen und es basiert ganz ganz viel auf so hey diese Synergie darf ich nicht mit dem ich darf da nicht aus 6 Zoll von dem raus also Dark Angels haben es da einen Ticken leichter weil es halt die Monothermie Bladeguard Armee halt einfach wie sie Winters auf dem SN auf dem No Retreat Legends gespielt hat oder so die ist halt auch einfach zu spielen in Anführungszeichen dahingehend dass sie nicht viele unterschiedliche Modelle oder Regeln hat ja ja Michael ich habe ich weiß nicht ob du es mitgekriegt hast bei uns auf dem Heimturnier habe ich sowas von bitter hart mit meinen Orks gegen Dark Angels verloren naja das ist ja eigentlich mal die Idee von Warhammer gewesen also das wo wir jetzt gerade sind ist ja schon wieder eigentlich viel zu also ich habe jetzt kommt ein Donnerstag ein Spiel mit einem Neueinsteiger ich weiß noch nicht wie ich dem das alles erkläre und eigentlich die achte Edition war ja super einsteigerfreundlich am Anfang und dann haben sie halt wieder mit genau derselben Grütze angefangen dass alles mega kompliziert werden musste und sich Regel auf Regel auf Regel gestapelt hat bis du irgendwann also in so einem durchschnittlichen Spielzug vergesse ich mit Sicherheit acht, neun Regeln ja locker das kenne ich ja na und weiß nicht also ich liebe dieses Spiel von Herzen und Warhammer 40k und spiele es echt oft aber es ist schon so dass wir gerade wieder auf so einem Hochpunkt angekommen sind wo Regeln eigentlich also jetzt nochmal mehr wäre was was mich ernsthaft stressen würde glaube ich ja ja bin ich bei dir auf jeden Fall also deswegen hat tatsächlich auch sorry dass ich nochmal abschweife aber vielleicht so als ein auch Nachgedanken die neuen die neuen Missionen zum Beispiel da sehen wir das ganz genauso du hast quasi die Missionen waren schlank und gut und intelligent gewählt ne und jetzt plötzlich hast du ein hey von du kriegst also quasi sozusagen sinnhafte Gedankenschritte 15 und 15 Punkte jetzt kriegst du plötzlich 4, 8 und 12 und dann nochmal drei extra wenn du folgende weitere komplexe Situationen erfüllt hast ich glaube tatsächlich das haben die nur gemacht oder das also wir sprechen jetzt hier von den Leaks für das CA 22 wo sie die Missionsstruktur nochmal stark verändert werden ich glaube das haben die gemacht damit sie in die kommenden Kodizes die ja zum Teil auch wirklich sehr sehr wichtig sind Stichwort Tau dass sie da nicht zu hart in die Mechaniken eingreifen müssen weil wir haben ja schon mehrmals auch bei uns im Podcast gesagt gerade bei den Tau die müssten fast alles an Mechaniken verändern damit die die aktuellen Missionen spielen können und ich glaube so ein bisschen dass das dem geschuldet ist dass sie jetzt diese sind das dann tertiäre Ziele ich glaube dass sie die mit einfügen bei Adaptus Titanicus haben wir das ja schon länger ich also mal gucken also ich könnte mir vorstellen dass das zu mehr Fruststock weil zum Beispiel ich weiß noch mein bester Freund da sagt immer mit den Secondaries ich hab eh immer keine Lust die alle zu lesen so nach dem Motto wenn das jetzt auch noch on top kommt aber schauen wir mal genau aber ist kann ich absolut nachvollziehen also ist bei mir auch ist einfach irgendwann sozusagen kognitiver overload es geht schon also das ist ja nicht so dass jemand zu dumm wäre zu checken was da los ist sondern es ist so dass du quasi bei einer bestimmten geistigen Auslastung wenn du an zu viele Dinge denken musst produziert dein Gehirn halt keine Glückshormone mehr und dann macht das Spiel im wahrsten Sinne des Wortes einfach kein Spaß mehr sondern du bist wirklich nur noch da um eine Pflichtübung abzusolvieren und ich glaube Games also ich glaube Warhammer ist kurz vor diesem Moment weil das eben alles keine das sind halt alles leider keine Automatismen mehr also und ja blöd für uns mal gucken also ich bin sowieso gespannt was jetzt um CA alles kommt ich glaube die werden da deutlich härter ansetzen sie haben ja auch schon gesagt dass Druckari und Erdmich nochmal einen reinkriegen werden ich fand's auch lustig nur kurz zum Schluss so eine kleine Info am Ende wenn man in die Meta Watch in die letzte reinguckt da haben sie ja die Win Rates nach dem nach dem Balancing Patch quasi gezeigt ja und Druckari gewinnen noch häufiger also irgendwo haben sie es falsch angesetzt haben wir da das falsche genervt ach was soll's es gab auch letztens ein Bild weil sie ja die Hexen auch massiv hochgesetzt haben was auch absolut richtig ist in Punkten von wegen die neue Start Collecting Druckari und das waren irgendwie einfach zwölf von diesen Talos und ja ich bin gespannt was sie da machen also scheinbar haben sie in die falsche Richtung korrigiert aber Druckari dominieren immer noch alles zusammen mit Grey Knights jetzt finde ich eigentlich ganz klar wobei ich ehrlich na also irgendwie das Problem ist all diese Sachen ich weiß gar nicht ob ich da immer naiv bin oder so aber all diese Sachen beeinflussen meine Liebe zu dem Spiel und zu der Welt von 40k einfach überhaupt nicht also ich nehme das als nervige Kleinigkeiten wahr aber das ist so ein bisschen so wie wenn es auf einem Live-Rollenspiel regnet also ja ist jetzt nicht geil aber es ist halt immer noch mein Hobby das ich super gerne mache und wo ich meine Freizeit verbringen will das ändert sich auch nicht dadurch dass es jetzt irgendwie halt mal schifft so und es gibt halt immer gute Zeiten und schlechte fertig das war eine schön tiefgründige Botschaft nochmal Abschluss gesendet vom Imperator himself und ich finde da kann man einfach nichts hinzufügen das kann man nur so dick unterstreichen Praise the Emperor Vielen Dank dass ihr mich da hattet Ja vielen Dank dass du da warst Ja auf jeden Fall Das war auch deine erste Buchbesprechung nicht wahr? Ja Ja cool Ich war schon beim Juan auf Black Hydra Wargaming Ah das hab ich gar nicht mitbekommen cool Ja tatsächlich haben wir da ziemlich genau dasselbe gemacht Ach ja ja super Nur ohne Erfahrung also ohne dass ich das Ding gespielt hatte sondern einfach nur ich hatte es einfach nur in der Hand und hab geraten wie es sein könnte Ja hat auch was also so hangeln wir uns eigentlich auch durch jedes Buch bei irgendeinem Podcast war es noch aufgefallen da hatten wir hinterher den Kommentar gekriegt Habt ihr das gespielt? Nein Genau beim Atmich war es aber das war nicht meine Schuld das war Christian Christian deine Schande Gut damit das hier nicht weiter ausartet guckt auf jeden Fall bei 1000 für den Imperator auf dem Kanal vorbei ich meine ihr kennt sie wahrscheinlich eh alle und ihr liebt sie genauso wie wir Wir werden es natürlich trotzdem verlinken und schaut bei unseren Partnern vorbei die sind auch unten in der Videobeschreibung wir wollen das jetzt ein bisschen abkürzen weil sonst wird das immer zu lange mit den Partnern und ja Grüße Stefan Grüß noch jemanden bevor wir hier abschließen Ich jemanden grüßen ich möchte tatsächlich dann in diesem Fall ganz egoistisch mein 1000 für den Imperator Team grüßen weil wir dieser Tage ganz ganz viele Projekte gleichzeitig haben und es wunderschön ist zu sehen dass dieses doch sehr große Team auch unter dem Stress von Adventskalender Sponsoring Anfragen der Tatsache dass wir währenddessen das Spiel natürlich auch spielen müssen dass wir den regulären Videobetrieb aufrechterhalten müssen auf Podcast und Spotify Sachen posten und die Community Posts bedienen müssen dass immer alles ganz ganz wunderbar ja keine Ahnung warmherzig liebevoll und respektvoll im Umgang miteinander ist und an dieser Stelle wahrscheinlich ohne dass es jemals einer von euch hört meine volle Liebeserklärung an euch alle ohne euch wer tausend für den Imperator nicht was es ist und natürlich auch nicht ohne unsere Zuschauer die da auch immer ein ganz ganz großer Quell von Kraft und Bestätigung für uns sind da so weiterzumachen Das war ein schöner Gruß Daniel grüß nochmal beim Stammtisch denkst du da kann ich jetzt noch anschließen? Ich grüße eine meiner Katzen aber nur die eine ich weiß schon welche ja ich grüße die andere Katze weil sonst wäre es Mobbing das stimmt gut dann würde ich sagen schließen wir hier mit unseren üblichen Worten ich klaue sie von Christian tschö mit Ö tschau mit V und bei mit Ei wir sind raus und bei mit bäst ja und bei Untertitelung des ZDF, 2020